Guten Tag, derzeit finden überall in Deutschland die Christopher Street Day statt und die FDP zeigt Flagge. Beide Demonstrationen und Paraden. Wir setzen uns ein für die Bürgerrechte von Lesben und Schwulen. Das ist für uns keine Klientelpolitik, sondern das ist für uns integraler Bestandteil unserer Bürgerrechtspolitik. Wir wollen ein tolerantes Deutschland und wir wollen, dass Menschen, die gleiche Pflichten haben, auch die gleichen Rechte bekommen. Und deshalb setzen wir uns als FDP-Bundestagsfraktion für die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der Ehe ein. Auch bei der Steuer, auch beim Beamtenrecht und auch beim Adoptionsrecht. Und wir glauben, dass die Politik auch sonst die Lebensrealitäten in diesem Land anerkennen muss. Wir wollen, dass das Familienrecht stärker auch die Regenbogenfamilien berücksichtigt und dass lesbische Frauen auch vollen Zugang zu reproduktionsmedizinischen Maßnahmen bekommen. Die FDP setzt sich darüber hinaus dafür ein, dass auf Bundesebene eine Stiftung eingerichtet wird, um beispielsweise schwul-lesbische Toleranzprojekte zu fördern. Darüber hinaus, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig als Aufgabe, die wir als Deutschland in der Welt haben, Es geht nicht nur darum, dass wir in Deutschland tolerant leben, sondern wir müssen uns auch einsetzen für die Menschenrechte und Bürgerrechte von diskriminierten Menschen in der Welt. Das muss stärker Bestandteil unserer Außen- und Entwicklungspolitik werden. Das muss stärker Bestandteil unserer Außen- und Entwicklungspolitik werden.